Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play MLB 16 The Show auf der Playstation 4. Hier im Live-Chat, hier auf Twitch, Hitbox und auf YouTube. Alles live. Deshalb nicht wundern, dass ich hier manchmal mit den Jungs noch ein bisschen... Mädchen? Ich glaube, es sind gerade nur Jungs anwesend. Wobei, der Klette war doch da, oder? Ja, wir sind immer noch in der Serie gegen die Indians. Carlos Santana. Damit ist der Maria, Maria. Ohrwurm wieder da. So, und unser Pitcher ist Brad Anderson. Sieben Siege, sechs Niederlagen. Ja, 4,26 Runs gegen sich im Schnitt. Das ist viel, oder? Jetzt bräuchte ich natürlich die Kollegen hier. Die würden wir dann sagen, ja, ist viel. Oder, ja, nein, ich finde, ja doch, das ist kein besonders toller Wert. Also der ERA... Wow, wow, wow. Der ERA sollte niedrig sein. Und der... Schlagdurchschnitt natürlich umso höher. Ja, den Curve nehme ich. Ach, scheißen Dreck. Ah, der Catcher hat das Ding. Ärgerlich. Es wird gerade im Chat heiß diskutiert, oder wir hatten auch... Ach, guck mal hier, dann kriege ich das Ding auf dem Schläger oben drauf. Keinen anständigen Kontakt hergestellt. Das ist natürlich ärgerlich. Man achtet auch mal so... Guckt mal so ein bisschen auch auf die Fans so im Hintergrund, was die so treiben. Es lohnt sich. Ich habe ja in der letzten Folge schon ein bisschen versucht, mal weniger wegzublocken, wegzudrücken. Wir führen übrigens 2-1 hier. Das Moskottchen, was hier auf den Trainerbänken rumhüpft. Und ja, achtet auch ein bisschen auf die Fans. Ziemlich cool alles. Wenn die nachher zu einem Foulball hinhechten und so. Ach, warum hat der denn... Ach, ich war spät hier mit dem Contact beim Curveball. Das ist natürlich ärgerlich. Den lassen wir natürlich durch. Yes, Pitch. Also, mit Fassball unten sind wir da gut dabei. 1-0. Ein aus. Ein auf eins. Ach, komm. Ah, der geht faul, ne? Ah, den hat er... Scheiße, wir sind out. Den hat er noch weggefangen da. Der Lümmel. Bevor der wirklich über die Linie ging. Sonst wäre der nämlich als Foulball gewertet worden. Weil das sollte passen. Das sollte passen. Wusch. Sehr schön. Sehr schön. Ja, es ist eine heiße Serie hier gegen die Indians. Und Ronaldo 0 for 2. Ground out. Pop out. Alles out. Bei 0 out und 2 auf Base wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen mit dem Showtime-Effekt spielen. Also. Den ersten... Ja, gut. Das ist ja noch besser. Den können wir nämlich so oder so dann durchlassen. Dann spare ich mir ein bisschen Showtime-Effekt. Oder Showtime-Energie. Ryan Park. 29 Balls. 31 Strikes. 60 Pitches insgesamt. Das war auf jeden Fall ein Ball. Ein tiefer Fastball. So, das ist anscheinend auch ein Ball. Der Curve senkt sich stark nach unten. 2-0. Das ist nicht so verkehrt, den Pitcher unter Druck zu setzen. Weil der spürt natürlich jetzt. Ah, ich hab hier 2 auf Base. Das mag er nicht. Och, und der geht durch. Sehr schöne Aktion. Ah, der Kollege läuft leider nicht weiter. Und der Ball geht. Ja. Zu kurz. Der Catcher kommt dran. Kann aber den Tag nicht machen. Und deshalb... 10 Game Hitting Streak. Ja, das ist auch schön. Also, 10 Spiele in Folge. Ein Hit gelandet. Tiefer Ball. Und ja, der zischt am Pitcher vorbei. Wir bringen einen Kollegen nach Hause. Das heißt, ein RBI mehr auf unserem Konto. Und El Tigger hier. Schaut an, wie er tiggern kann. Freue ich mich. Ich muss jetzt gerade hier ein bisschen lesen. Ah, ich muss auch aufpassen. Kein Aus. Da ist was drin. Ah, das ist ein Ground... Double Play. Ja. Ich nicht. Also, die Frage gerade hier im Chat, ob schon mal jemand von den Jungs oder schon mal beim US-Sportspiel war. Also, MLB oder NHL. Beziehungsweise, doch. Eigentlich schon. Aber nicht in den Staaten. Ich habe also ein Preseason-Game gesehen in der NBA. In Köln war das. Und das war Phoenix gegen die 76ers. Das heißt, ich habe damals, war es noch... Marius Doudemeyer kam dann groß zurück. Das war also die Saison... Oh, der curve sitzt. Die Saison nach seiner, ich glaube, Rückenverletzung oder was hatte er, ne? Dann kam er irgendwann mal dann zurück. Und Alan Iverson habe ich gesehen. Die Schuhe von Alan Iverson habe ich fast sogar gefangen. Ah, der geht tief her. Er hat nach dem Spiel seine Schuhe ins Publikum geworfen. Und die gingen wirklich... Wir hatten coole, coole Plätze irgendwie. 4, 3 oder so. War geil. Ja, den lassen wir durch. Und da lassen, überlege ich gerade... NFL Europe oder hier, wie hieß das? Doch, NFL Europe, ne? Da war ich mal beim Spiel damals Ryan Fire gegen die Frankfurt Galaxies. Und bei irgendeinem anderen Spiel auch noch. Ich weiß gar nicht mehr. Äh, auch Düsseldorf wieder. Jetzt muss ich ja kurz aufpassen. Tü und Tü, der Count. Pull Count. Also, wir erzwingen jetzt hier einen Entscheidungswurf quasi. Also, es können natürlich noch mehr kommen, ne? Wenn wir jetzt einen Foulball starten, na, den lassen wir durch. Das ist ein Walk. Base is loaded. Tomlin in Problem. Ansonsten? Ne, ansonsten habe ich nichts ursprünglich. Wrestling war ich natürlich nochmal beim... Beim einigen Events. Zwei oder auch beide gehört Köln. Ne, eine in Dortmund. Ach, ich weiß es nicht. Und Boxen. Aber ansonsten sind wir so richtig... Oh, was für ein Catch. Ein Diving Catch. Ah, hat er sich verdient. Ja, hat er sich verdient. Achtung. I believe I can fly. Woo. Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Das war das notwendige Out. Hätte er den nicht gefangen, wäre natürlich Halligalli gewesen, ne? So, 4-1. Die Indians am Schlag. Einer auf der 1. Ihr seht es da links. Noch kein Out. Aber ansonsten alles ruhig. Jetzt müssen wir gucken. Ui. Ah. Den kriegt er noch, oder? Jo. Immerhin kriegt er den noch. Er versucht es auch mit einem Diving Catch. Klappt nicht ganz so toll. Hallo, Pizzamann. Jan Gomez. One for three. Und der Tiger. Oh ja, oh ja. Der Tiger ist in erwartungsvoller Haltung. Er feuert hier die Fans an. Achtung. Passt auf. Das wird doch nichts. Wir müssen gucken. Zwei Outs. Das heißt, wir brauchen uns nicht um einen Doubleplay zu kümmern. Aber auch schon zwei auf Base. Das heißt, der sollte jetzt nicht durchrutschen. Jo. Das passt. Force out. Danke. Ciao. Der Diver von Cleansman. Bauchplatscher. Ah, im Chat geht einiges. Wenn ihr jetzt sagt, Och, Menno. Ich möchte ja auch mein Chat dann irgendwie mal sein, wenn irgendwie was live ist. Dann, äh. Ja, ich habe es nicht angekündigt. Ich weiß. War auch eher so ein bisschen spontan. Ich wollte es gestern eigentlich machen. Egal. Ähm. Dann solltet ihr mir unbedingt auf Facebook und Twitter folgen. Ich glaube, das steht, wenn ich dann live online gehe und sowas hier. Oder? Ich glaube, ja. Ja, müsste. Auf beiden, glaube ich. Oder? Ach, keine Ahnung. Doch, ich glaube, ja. Macht mal einfach. Da habe ich sowieso viel zu wenig Leute, die mir folgen und so einen Scheiß. Oh, da musst du hier dem Ball noch entgegen gehen, ja. Auch noch laufen hier auf meine alten Tage. Klopp. Passt. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. 4-1 und wir sind schon Mitte des achten. Das sieht doch... Das heißt, kommt noch ein Inning, ne? Ne. Achso, wir dürfen jetzt. Ja, okay. So ist es. Das heißt, wir dürfen jetzt nochmal tatsächlich nachlegen, bevor es dann ins neunte geht. Das heißt, wir haben nur noch ein Inning. Oh ja, den nehmen wir. Och ne Oder passt der Ne, den holt er sich Scheiße Aber der Kollege läuft Auf die 3, immerhin Ja, hier, die Jungs bestätigen Ja, es kommt definitiv eine Nachricht Seht ihr, also auf Twitter und auf Facebook Folgen, was der Daumen hergibt Und auf Instagram natürlich Und auf Keine Ahnung, wo er mich noch so findet Ja, ich glaube wir haben gewonnen Denn Feuerwerk ist immer ein gutes Zeichen Das heißt, wir haben unser Soll schon erfüllt Ich habe gesagt, hier von der 3er Serie möchte ich 2 gewinnen Dit hat gekloppt Ah, schon wieder Jetzt können wir doch mal irgendwie was anständiges gewinnen Oh, guck mal hier Dann müssen wir tatsächlich hier ein bisschen reinbuttern Damit er nicht Vom Fleisch fällt Sollen wir Reaction nehmen Ja, das passt nicht Ich mag ja gerade zahlen Das sage ich ja immer Aber ein bisschen Reaction Damit das Feeling noch ein bisschen besser läuft Wobei das das Ja Sah ganz gut aus bis hierhin Jetzt habe ich es gesagt Jetzt wird es wahrscheinlich gleich scheitern Irgendwie in so einem blöder Ball Der mir aus den Handschuh fliegt oder so Second Base ist voll eine geile Position zu spielen in MLB Ja Man hat auf jeden Fall Ja, man hat auf jeden Fall ein bisschen was zu tun Shortstop ist auch noch ganz nice, finde ich Ja, ich sag mal Outfield ist ganz cool Wenn du da wirklich ein bisschen Speed hast und Feeling hast Und einen Powerarm hast oder so Aber auch um die Home Runs von der Wand weg zu kratzen und so Also ich habe tatsächlich schon mal In irgendeinem älteren Teil habe ich da Outfield aber wirklich so ein Ball auch mal von der Wand weg gekratzt War richtig geil Ich habe das so gefeiert MVP-Rufe habe ich nicht gehört Aber Ja Könnte passen Halbwegs brauchbaren Durchschnitt Oh, er hat ein Sinker Ah, 4-7 ist hier unten Da muss ich umdisponieren Den wollen wir natürlich nicht Das war aber der Sinker Ich nehme jetzt hier den Dreieck Das heißt, den Force Ihr könnt natürlich auch nur Nach unten gucken, ohne einen Pitch zu definieren Aber ich mag das nicht Das heißt, ich drücke immer hier R2 Dann Stick nach unten Und jetzt in dem Fall Dreieck Weil ich da, ja, den hier haben will Da bin ich ein bisschen früh dran, glaube ich Aber passt für einen Base-Hit Das heißt, wir halten die Serie tatsächlich am Leben Wieder mal einen Hit Ist dann der wirklich der Elfte, Zwölfte in Folge Elf, da steht es ja sogar Na, also bitte Das Spiel liefert mir die Statistiken Aber ich finde da mal mehr drin Für einen Fastball-Pitch genau in die Mitte Hätte ich eigentlich Mir mehr erhofft Schade Chris Davis, ihr seht es 19 Home Runs Der weiß auch, was er tut Der kann da ein bisschen was Zwei Outs Jetzt müssen wir aufpassen Ah, das ist ein Ground Ball Aber der geht durch Wir kommen auf die Zwei Und Davis kommt auf die Eins Der Wurf auf die Drei Alles gut Keiner riecht sich Alles tut die Danke Mutti Ja, einmal am Ball vorbeihüpfen Elegant Brandon Moss 29 Home Runs Ei, wir haben aber schon Ein ziemlich schlagstarkes Team Das muss man hier mal Ganz klar so sagen Da sind ein paar richtig gute Schlagmänner dabei Ah, wir haben zwei Outs hier Das heißt Schwierig Da kommt der Pitch 2-2 Count Oh, Strike Out Strike Out Ja Let's do this Natürlich Das Detroit D Und ein Löwenmaul Oder Tiger Maul Entschuldigung Oh mein Gott Tiger Maul natürlich Und ein Padres-Fan daneben Hä? Habe ich was verpasst? Hä? Hatte doch gerade ein Fan Padres-Shirt an, oder? Ah, ich wollte Stopp Davis hat drei gemacht? Ich dachte, er hat zwei gemacht Im ersten Ah ja Davis ist ein guter Davis ist ein guter So, wir warten auf den Fastball Nehmen wir auch den Cutter Scheiße, bin ich spät dran Den sehe ich spät Ich muss ja sagen Es ist gerade Die Sonne steht ungünstig Ich sehe da hinten die Sonnen-Dinger Und die tun mir weh Oh, den darf ich nicht Scheiße, ich nehme ihn trotzdem Und darf mich jetzt wieder hinsetzen Ah Liriano, bitte Herr Braun Schreibt er hier im Chat Liriana Ich glaube Das ist ja weiblich So, auch ein cooles Feature übrigens hier Den Effekt irgendwie Diving Catch Und dann im Liegen Kitzelt es Ja Ich kenne das Das ist die Erotik Sehr geil Also auch wir Mit einem schönen Diving Catch Ab in den Handschuh Und dann einmal Die Eskimo-Rolle Und im Sitzen Zur First Base Out Läuft Und es gibt Applaus Wunderbar Aber wir liegen hinten 3-1 Wir liegen hinten 0-4-2 Und 1-1 Double-Play Situation Off-Speed Pitch Ich hoffe es wird ein Grounder Es wird Ne Ein hoher Ball Oh Ja Das passt Und keiner bewegt sich Alles gut Danke Flyball Out Good Reaction Das klingt doch Traumhaft So, 3-1 Keiner auf Base Wir machen hier Den Lead Off Und Cuttert viel Ne Ich erwarte mal Warte mal Ach Shit Jetzt kann ich ihn Umstellen Den nehmen wir Oh Oh Wir haben ihn erwischt Ja Das war es für ihn Ja Da seht ihr es Corey Kluber Geschwollenes Knie Doppelt so groß Wie vorher Oh Eis und Aspirin Ist alles was er braucht Aber Ein paar Tage Wird er ausfallen Ja Das ist ja bedauerlich Sehr bedauerlich Also wir haben einen neuen Pitcher Also der Gegner hat einen neuen Pitcher Okay So Effekt Homeplate Aber Hier war der Ball natürlich viel zu schnell im Spiel Und das hätte nicht Nicht Ne Ich glaube das hätte nicht gut geendet Ja Das Schöne ist der Pitcher fehlt den jetzt auch in den nächsten Spielen vielleicht Keine Ahnung Ne Natürlich nicht das Schöne Sehr bedauerlich Und wir entschuldigen uns auch da mehrfach Und Ja Der Diving Catch geht in die Binsen Das heißt wir müssen gar nicht mehr warten Wir können loslaufen Machen den Run Und der Kollege ist auf der 2 Sehr gut Wir verkürzen Auf 3-2 Ne Oder Oder gab es noch irgendwie einen Run Den ich nicht mitbekommen habe Vorher Beim Simulieren natürlich Also der Pitcher scheint ein bisschen Probleme zu haben Ne Der kommt noch nicht so aus den Tüten Also in der Tat 3-2 bleibt es noch für die Indians Zwei Outs Sechs Pitches Also wieder ein neuer Ja Und wir sind am Start Wir haben keinen Showtime Move mehr Das heißt wir müssen jetzt irgendwie gucken Und noch ein Lefty Das ist scheiße Ja die Scheiße Ah das ist der Slider ist drin Aber ich habe mir angewöhnt Ungerne auf den ersten zu schwingen Wir müssen ja irgendwie gucken Dass wir einen nach Hause bringen Ne Den lassen wir Volle Konzentration Si you will play Nein Ah ich habe doch wieder zurückgezogen Mir fehlen die Oh sieht der hässlich Alter was ist denn mit dem los Junge Deine Gesichtsfarbe passt leider gar nicht zu deiner Restlichen Körper Was ist denn mit dir passiert Ein weißer Wanderer Heieiei Heidewitzka Oh Da war ich mir echt nicht so sicher Ob der Ob der so passt Da haben wir Glück gehabt 2 und 2 Da habe ich spekuliert Ah der ist Den lassen wir Sehr schön Full Count Na bist du nervös Weißer Wanderer Zeig mal was du kannst Jetzt zeigst du dem Onkel Was du kannst Jetzt zeigst du schön dem Onkel Hat er Ein 2-Seam hat er auch noch Aber den hinter selten Ah kein Guest Pitch Und der Ball geht leider nicht weit genug Oh das ist ein ganz schlechter Flyball Centerfield Flyout Tschüss Schade Hallo Emu Achja der Puffy Star Pitcher der Indiens Der stand ja Er wird nur ein paar Tage ausfallen Also Ein paar Aspirin Und Ne Ein bisschen Eis Und er ist wieder dabei So Oh guck mal hier Oh guck mal hier Oh guckst du Legen wir nach Ist das ein Walk-Off Ich weiß es nicht Also Ah ich muss runter Stopp Ja Geh Zurück Ich muss den Forsten Ich brauche meine Rituale So Wenn wir nachlegen Ist das jetzt die Chance Wirklich für ein Walk-Off Das heißt Ein Run nach Hause bringen Und Tschüss Aber wir haben schon 2 Outs Oh nö Verdammt Trifft er den so mies Und er geht zu dem First Basement Da bin ich Warum wird hier gerade Darüber diskutiert Dass ich Kein Fairer Sportsbahn bin Stimmt doch gar nicht Oh wir haben verloren Ja Ja 4-3 Gibt kein Feuerwerk Das ist natürlich ärgerlich Und ich habe es Zweimal auf dem Schläger gehabt Ne Ja Ne Das war kein gutes Spiel von mir Das war kein gutes Spiel von mir Ja Big Moment Wird da gefordert Im Chat Das ist schon gelaufen Ja Der Chat Der Chat hängt Ordentlich Hinterher So Ihr YouTuber Dann sage ich mal Danke fürs Zusehen Ich weiß gar nicht Was als nächstes Dann für eine Mannschaft Bei uns auf dem Speiseplan steht Aber das werdet ihr In der nächsten Folge sehen Ich freue mich Jedenfalls Und wie gesagt Wenn ihr mal live dabei sein sollt Wollt bei so einem Stream Abonniert Ne Followt Und keine Ahnung was Liked Und followt mich Auf Facebook und Twitter Und Was es dann noch so gibt Wir machen natürlich jetzt hier noch Halligalli Walter 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 weiter Walter Walter Ein schöner Versprecher Haben wir Ah ne siehste Ausgegraut Das heißt wir gehen ins Menü So ja Tschüss Das heißt wir gehen ins Menü Das heißt wir gehen ins Menü Das heißt wir gehen ins Menü �� sushi